Was macht sie da? Hat sie ihren Lidschatten gerade mit Toilettenpapier aufgetragen? Okay, trifft sich gut. Ich habe meine Pinsel eh noch nicht gewaschen. Erstmal in die rote Farbe. Okay, es geht los. Ich bin gespannt. Hä, warum sieht das so geil aus? Ich mache das jetzt auch nochmal mit Orange. Gelb. Ich bin geschockt, wie gut das aussieht. Ich mache jetzt noch die andere Seite mit Regenbogenfarben und das Ergebnis seht ihr im nächsten Video. Wow.